jo leute willkommen zu einem neuen video mit mir das ist bin ich egal snebel ich habe zwar keinen youtube-kanal aber okay ähm und 5 aufnahme leute gut ich habe mich weg gewissert und wir spielen ein bisschen bad wars haben wir schon lange nicht mehr gespielt habe euch alle gewünscht und dann habt ihr eigentlich nicht ich meine wie könnt ihr euch was wünschen ich habe nicht meinen youtube-kanal äh zack 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 richtig schnell und dann mache ich einfach so zack 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 und dann mache ich zack und dann mache ich so dass das alsgrund gibt es hat nach oben kopiert ist hoch wurde sieht doch mal ich bin kein bisschen leute töten für die leise wenn ich leute türi dann so wir da wie das versteht da oder hier machen wir welche mädchen muss machen wir jetzt welchen muss ich da schon einen kopf ja ich glaube wir sind uns alle einig wenn ich sage der move war scheiße und nicht durchdacht aber hey ich bin ich denke nicht nach bevor ich das machen eigentlich ja schon jetzt kämpft mit dem anderen team so macht es bei kindern alter was wie blocken ich sammle scheiße und jetzt muss ich los weil er kommt aber nicht auf diese art und weise du bist du find ich ja okay ich hab's kapiert guck euch jetzt an wie ich ihn nicht okay wenn der keine hex an hat dann auch nicht kommen jetzt kommt jetzt kommen sogar zwei alter also die scheiße nicht geht ich meine hätte ich den jetzt noch runtergeschlagen dann dürfte ich offiziell gut nennen aber da ich nicht gut bin mein tipp von euch und einfach ein messbecher wenn ihr durst habt für den großen durst wenn ihr wisst was ich und hiermit herzlich willkommen zu einer weiteren runde badwars heute mit dem lieben bei floh tricks bei flore ich sag mal hi und er ist nicht mal in meinem discord ihr habt gedacht er wäre jetzt in meinem discord und sagt hey aber da habt ihr falsch gedacht ich bin doch und soll man sagen dass er dann um einst erster geile und er ist direkt geil also nicht die sagen also was es für mich gemacht hat alle also bei floh tricks würde ich mal ganz schnell im und immer ich bin und ich glaube ich bin ich bin ja schaut was ich kann da können die dass ich glaube nämlich nicht Scheiße, hat es aber kein Problem, jetzt muss er sich die Mühe machen und... Ich bin mit Butterflecken, glaube ich so gut wie jeder. Es kommt auf jeden Fall nicht. Keine Besonderheiten. Ich komm, 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 gleich noch mal. Ich bin nicht, wie meine Blicke aussehen, Alter, wer nicht so windet. Da! Bin gerade auf dem Weg zu blau. Ich rede ich hier, Alter, er mit mir selbst mit dem Sonn. Oh, guck mal, wie schnell, Alter. Ja, Moin, habe ich mich runtergeschlagen. Nein. Lauterführende Geldbruschen. Hmm, hm, hm, hm. Das war dumm, äh, äh. Ey, ich müde, ich bin nur kurz, weil ich... Ja, weil mein Mutter kommt, der ist untergefallen. Oh, das ist sie, oder gefallen oder? Äh, ich meine, wie sagt man so schön lieber runterfallen. Das ist nicht runter. Das ist meine Stärke, da habt ihr absolut recht. Eigentlich ist es auch PIVP meine Stärke, aber... Auch nicht. Zack, guck mal, was ich jetzt mache. Guckt, ich mach jetzt so, dann mach ich so, dann mach ich so, dann mach ich das so, dann mach ich das so. Dann mach ich das hier hin, damit ich wieder voll... Gut, das war dann auch wieder gekleppt. Dann fast bridge ganz locker über ihn und fall dann runter und ihm dann zu schlagen, um dann so zu machen und dann so zu machen und dann so zu machen und dann so zu machen. und dann machte ich noch mal so zu machen und dann machte ich noch mal so zu machen Alter guck mal was für einen geilen Crewmate ich hab Alter also wenn ich einen geilen Crewmate für Bad Warswood da ist er oh oh wir müssen uns töten ja mach ich auch weil ich bin in unserem Bett haaa Alter guckt wie geil der Mate ist Alter 100% über Einstimmung was Crewmate angeht also den finde ich schon mal so richtig fresh Alter hushu es ist so als wäre ich gar nicht gesagt dass er mit dem Robert nur wenn die Crewmates gut sind heißt es noch lange nicht dass sie gut in Real Life sind so richtig ruhig auch so richtig gut Kommes da ist einer ich habe gesagt ich nicht mache und immer nur aumentar aber ich gucke mal ob ich ihn bekomme ja komm 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 ich habe ich halt nicht 1.000 FPS aber Leute wissen wo es liegt beziehungsweise nicht Leute sondern ich schieße nicht auch ich lags ja nicht hoch und du liere für mich wird mit Rügel oder der Lenz und Leckwitz kann ich sein doch kann sein welches Bild Kropot und er wir haben nur ein Rügel oder nicht er hat ihn in dieser Richtung standen Prozent wenn es noch mal die Hase kratzen gehen in den Blau-Raschen die neben schon kommen so gut ist es wird das wird nur so und let's go aber das zeigt dass ich ein guter Juni war und das ist die Begründung ab und 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 zu sein und er macht diesen Modal er ist Prozent Prozent des Nürnbergs die Tiefen Oh mein Gott das ist es nur um einen Räumen und all den Alben auf den Päckern oder Ich glaube, ich sehe gerade so scheiße auf der Cam. Junge, was für Cam, Alter? Ja, das geht nicht. Fettige Haare. Ich weiß nicht, was in der Schule war. Wegen Problem. Guck mal, was macht der jetzt? Was macht der? Guck, Leute, das ist... Warum Leute? Das ist ein Heck. Oh mein Gott. Okay, nein, GG an den Cam. Das ist einfach... Wahrscheinlich taugt mal besser als ich. Zeig, 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 zeig. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, jetzt soll doch Sänger werden, oder was? Was hast du für versteckte Talente, du Schnugel, du? Pass aber auf, bloß, ist echt gut. Ja, egal, ich versuch, es zu was. Darauf erst mal einen Schluck aus dem Riesenbecher. Riesenbecher, Alter, let's fucking go. Warum auch nicht. Eine Becher ist was für ein Anfänger, Alter. Für den großen Durst sind immer große Becher. Lass mal den Scheiß und Socker, dann helf mich hier hinten. Oh mein Gott. Ich darf nicht langsam sein, sonst denke ich bin schlecht. Was ich ja auch bin, wenn ich jetzt hier runterkomme. So, wenn wir dann mal auf blau oder auf gelb gehen. Sag mal schnell. Ach, ich frage, ob ich auch ganz bin. Jo, was für arrogant, Alter. Kommt nicht mal Geld, ganz gut so das Game, Alter. Ja, siehst du, das passiert hier, wenn du einfach so scheiße laborieren kannst. Und ich glaube, da hinten kommt ein Anitimgrün. Komm und ich will nicht schlecht da sein von meinem guten Maid. Oh, sorry, Alter. Bitte schreibt da jetzt ein Kommt. Nee, schreibt da nicht. Ja, egal. Braucht keine Komplimente. Komm, jetzt aber auch blau, bitte. Mal einfach mal hinterher laufen, okay? Kannst du das schaffen, Tim. Kriegst du das auf die Reihe, glaubst du? Gut, dann beantwortet mir halt nicht die Frage, Tim. Das ist auch gut. What the fuck, man? Was war damit denn los? Manche Kinder sind im Herzen Kinder. Guck mal, zack. So easy kann es gehen. So einfach gehen. So einfach gehen. Der eine kümmert sich um den anderen. Und ich kümmere mich um ihn hier. Und jetzt wollte es hier. Boah, wer der mich denn verschlagen? Das war Naja, zack, zack. Mach so. Aber was war ich nicht geplant? Da war, ich wirklich nicht geplant. Ich hab mal, wenn ich mich aufs rook Sahel geguckt habe jetzt wie gar keine Welt zu folgen, wir waren und sie leben. Neue. Nein, warum müssen wir Louließen? Nur sollte sich meine neugel來了? Ein bisschen Zukunftsvorhersage und haben diesen Jürgen Klüger und von den Händen und den Händen und den Händen und den Händen Komma an Mann 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 Scheiße ein Hattel Gäste geschlagen Oh mein Gott er ist im Kälte ein Wettbewerb kommt es ja an er hat mich geschlagen und er so viel nur noch ein Buch und das ist schlecht Aachen Abrundung ist er gerade es kommt wieder zu kommen Hextort in der Händen und in der Händen und in der Händen und in der Händen und so schnell kannst du zum Blondock und ich glaube so Lippen-Grohauter Baden-Württemberg so er hat Gott Lippen-Grohaut Jo das war ein Video auch schon ich hoffe es hat dir gefallen weil ich immer sein und für den Betrugel und Prozent sind in den Niedernst in den Videokommunikern sie erhalte ist Ich hab kein Outro. Tschüss.